Wir haben zunächst noch ein Ergebnis aus der Einsperrnerkonferenz hier bei den Weltmeisterschaften der Bonifahrein-Ming. Und zwar für Klärreform-Ausführerkreis im Marathon. Momentan auf Platz 3 mit 99,28. Damit hat es für uns Marathon eine Gesamtpunktzahl von 150,50. Das bedeutet momentan den Silbermedal gebracht. The final result is for Klärreform-Ausführerkreis in the Marathon. So far without place with flight 99,28. Total after-missage in Marathon 155,505. Right now, run rough. Halt, 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 halt!